Nia das mach ich jetzt auch mal, so wie vor das geile Kontor Oh ja, ich auch Achso, das kann ich bei den Warndepots auch machen, interessant Netz aber nicht wirklich nützlich Kann ich eigentlich da unter Wasser gehen? Kann ich überhaupt unter Wasser gehen? Ich weiß, ich glaube nicht, das braucht ja dieses Add-on Nene, das kann ich auch ohne Add-on Ich mein halt, es gibt so spezielle Orte, wo man unter Wasser gehen kann Oder haben die das rausgenommen? Wie unter Wasser? Man konnte halt unter Wasser gehen Aber anscheinend haben die das rausgenommen Bestehe ich jetzt nicht unter Wasser gehen Man konnte halt, ich konnte Also quasi mit der Kamera ins Wasser tauchen oder was? Achso Ist mein Schiff jetzt auch mal abgeupgradet worden? Nein, natürlich nicht Irgendwas wollte ich machen und ich hab's vergessen Genau, ich wollte gucken, was meinen Leuten fehlt Getränke mache ich gerade, Lifestyle Da sollte ich noch eine neue Aber wie hieß das? Elektronik Herstellung machen Denn ich hab's ja, das gilt Und dann im Raum ich das nochmal Ich tippe hier vor allem ab geht es aus So, haben es wieder hergestellt Aber ich habe mir mit, mit wenig Werkzeuge für mich gerade auch Ich hab's ja, das ist ja interessant Ich kann auch noch eine Werkzeugschmiede Das ist immer gut Werkzeugschmieden sind eh, mehr gut Ah, nicht genug Baumaterial Shit Das ist so dämlich, dass man für eine Werkzeugfabrik Werkzeug baucht Achso, ich hab's dauernd Minus die Hälfte verringert Ja, ja, komm her, komm, bevor wieder irgendwas verschwindet Ja, voll Ich hab echt Probleme mit meinem Dings Gucken wir uns doch mal unsere Stadt an Ich kann das nicht größer machen, das Dingsgelände hier Das waren die Poker um nicht Achso, wegen Fehlenden, äh, ist auch schnell Ah, jetzt laufen meine Werkzeugfabriken auch schneller an Ich find meine Stadt sieht voll geil aus Ja, die sieht echt sehr nett aus Ich mein, ich bin so reingezoomt, das ist voll cool Wie so ne Innenstadt Okay, ich hab jetzt mit mir wieder 234 Eco Angestellte Du, wie hast du 234? Ja, es ging ja alles runter, jetzt habe ich wieder, jetzt kommen sie wieder Angestellte mit 275 Eco Angestellte Ja, du, Lütze, hast du schon nächste Zivilisationstufe erreicht? Nein, das ist sehr nice Ich hab sogar schon einen ganzen Block damit ausgebaut Nein, ich muss mal gucken, nach TerraTown Das ist neben meinem Bildungskluster Da ist das neue Viertel Ah, hier? Ingenieurapartments Netzt, kostet mir schon noch ne Menge Geld, wa? Die kriegt dafür, dafür das krieg ich richtig viel Geld Die machen richtig viele Steuern Das ist echt cool Ja, ich bin hier Und ich hab mich in einem Haus Ach, ich wollte es nicht Hast du nicht irgendwie davon gesprochen, so ein Dingstens zu bauen Biokosten Reisfelder Teefelder Ach so, du hast es so gebaut 200 Ich würde ja noch Wege bauen, aber gut Wege? Ich hab überall Wege Ne, aber nicht überall verbunden Alles ist verbunden mit den... Achso, du meinst... Ja, ja, die, 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 zum Beispiel die Teefelder und sowas alles. Hä, warte mal, du hast... Du meinst alles ans Konto, ne? Ja, ja, du... Ja, nee, zum Stadtkern würde ich eher, meinte ich eigentlich eher. Nö, brauche ich aber nicht. Ist das hier Mikrochiphersteller? Ja. Zwei Stück. Und... Kupfer-Richt für alle drei. Elektronikherstellungen. Brandmeldung! Hä? Ich denke, wir haben Brand aufgemacht. Oh, ich will... Kann ich das bei dir sehen, wo es man... Oh, da, da brennt's. Nee, sag an, da brennt's. Wo brennt's denn? Ach, ach, ach. Und deine Stadt sieht aber so... Ja, nee, ist klar, er stellt keine Werkzeuge mehr, aber warum? Warum? Musst du gucken. Achso, ja. So, er gibt ja erst, ab wenn, äh... drei, äh, fünf voll sind. Ja, ich will da. Es brennt! Mama, es brennt! Es brennt, Mama. Da kann ich nichts geben machen. Ich hoffe nur, dass ich meine ganze Stadt mit Abfunger fackelt. Ich sehe, wir sollten irgendwann mal auch wieder Schluss machen. Ich glaube, irgendwann läuft auch meine Festplatte voll. Also meine noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie man... Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht, aber ich komme mal im Ressort Handy. Warte, wir haben jetzt noch... 14 Minuten bis 19 Uhr. Ich würde sagen, die nehmen wir noch eben und dann... Ja, das kann man machen. Oh, bitte, 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 stell mal endlich Scheiße her, hier. Ich will mal was gescheiteste, ja. Jupp, mach die Scheiße. So. Äh, zwischen... Ja, Yves, du bist... Du bist ja süß, ich weiß, dass das da, ne, und so. Und, und, ja, und so. Ja, ich brauche acht Werkzeuge, um so nichts mehr zu bauen. Wer, das kann die eigentlich für den Einflussbereich? Wie zu klein. Wie viel zu kleines Einflussbereich. Sie sollten... Das sollten sich noch patchen, dass diese wichtigen Häuser wirklich auch... Wichtig sind. Ja, dass die größeren Einflussbereich haben. Registriere Verbesserung der Öko-Bahn. Mach das, mach das, da, 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 da. Vor allem eiskalt hier Brenntenhaus und rechts drei Häuser Weiterskanthaus aufgestiegen. Eiskalt. Einfach so. Ja, ja. Scheiß drauf, saubere Gegend. Ja, ist so. Und da fliegen sie vorbei, jetzt wäre da einfach mal nix. Greift das jetzt eigentlich immer noch auf andere Häuser über, oder? Ich glaube schon. Bin ich mir aber nicht sicher. Wer weiß, wie da die Technik ist. Ja, warte ich so jetzt, bis das Haus abgefeiert ist. Ja. Kann nichts machen, ich könnte eine Feuerwehr bauen, aber das geht nicht, weil ich nicht genug Werkzeug habe. Ich habe natürlich mal wieder... Wie, ich habe... Ich habe für alles genug Werkzeuge. So, das Haus ist wieder gebrannt. Ich habe sogar genug Glas. Ja, Feuer eingedämmt, ist nicht so schlimm. Was ist denn das eigentlich hier? Glasboden... Was ist denn das hier? Ja, ich weiß noch mal ein neues Haus sind. Dient zur Verschönerung der Stadt hier, was macht denn genau? Werkzeug... Was ist das hier? Eisenschmelze. Werkzeugfabrik, Werkzeugfabrik. Und ich wollte noch eine Werkzeugfabrik. Green Allee, genau die Brüche, aber ich muss hier so hin. Was so... Wie viel kostet mich das, ohne es kostet Asche. Egal, Jungs, richtig Asche, die Juni. Und die sieht von der Aus, deswegen nämlich die, was, was sinkende, sinkende, sinkende Dingsens, warum? Warum? Verstecherte Umweltbedingungen im Penis-Town. Ich hielt das alles in der Name, ne? Ja, ist so. Die Insel sah so ein bisschen aus wie, naja. Guck mal, hier ist dieses komische Öko-Dingsenswetterkontrolle. Ach, deswegen ist dein Einflussgebiet so aussehen wie ein ungeriegierter... Kim Jong-Phoenix. Ja, genau. Weil ich freue mich mit auch schon auf das Klassenessen. Zumal so, wenn ihr diese Folge seht, müsste das eigentlich schon vorbei sein. Weil eine Folge habe ich noch, die kommt... Ich weiß nicht, die lade ich gleich eben noch schnell hoch. Papier hat drei Stunden Zeit dafür. Das dauert meistens nur so anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ich freue mich auf den. Ich freue mich wenigstens, einen anderen Spieler, ne? So eine KI. Dann könnte ich wenigstens all meinen Kahn verkaufen, die ich da nicht mehr. Oh, arbeitete Gebäudeauswahl, cool. Arbeitete Gebäudeauswahl. Hm, nett. Kann ich hier Weizen anbauen? Das... Nice, hart, weiß, was. Wie gut... Wie gut ist mein Kontor... Oh, es ist klar. Da ist noch ein Warendepot. Wie gut, dass ich so viel Gemüse habe. YOLO. Hashtag stimmt nicht. Hashtag Ironie. Ich habe 28 Bio-Kost. 28 Tonnen. So, 16 Tonnen Reis. Super. Aber nur eine Tonne Gemüse. Super. Oh, Schiff ist voll. Das ist mit meinem Schiff. Das sieht aus. Mein Schiff ist voll. Er holt immer nur sechs Tonnen da raus. Ich glaube, ich muss da nochmal eine zweite Farm da. Also das... Ne, also da, ne, also so ne. Also ne, das geht nicht so. JOLO, Hashtag YOLO, Gemüsefarm. Wer steht das Werk, YOLO? Nein! Verdammt, ich... Nein, 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 nein. Verdammt, ich... Der hat meine Archi gerade passiert. Erstmal, wo ich erweiterte Gemüsefarm... Achso, das ist deine Archi, die er gerade passiert hat. Ja. Äh, warte mal. Festen hin. Achso. Da ist es schon meine Insel. Das ist das Bild bei ihm drin, dass ich mich nicht gerade leicht. Äh... So. Mehr Gemüse. Mehr Erfolg. So, wohl wahrscheinlich... Ausputt, aber heute muss ich nicht mehr mitnehmen, unbedingt. Wieso erstellt der Kuglas mehr? Achso. Kein Kaltmäder. So, son. Stehst du mal eben kurz ab. Du 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 Klinik Klinik die Klinik die Klinik das war jetzt voll geile Nummer exklusiv nur hier auf YouTube nur auf YouTube zu finden wie eine Mutter man zu sagen pflegt YouTube so Bevölkerung tausend 50 die Kronen Städte an und sie sie hat sie die Arbeiter Händel Ingenieure 360 du hast die neuen Boden schon, du Homo den will ich auch haben, ja auf dem bin ich immer scharf aber der kostet richtig viel der kostet glaube ich 15 pro ne das weiß ich nicht genau aber ich habe dafür eigentlich schon viel zu viel ausgegeben was wollt ihr denn Liebe, Liebe nee der blinkt hier die ganze Zeit auf meiner Hauptinsel aber irgendwie ist hier gut ach jetzt bräuchte ich auch noch Holz mann warum denn nicht einfach das Holz von der Umgebung ach ja stimmt das sind die Ecos die machen sowas ja nicht du bist hässlich übrigens dein Kölner beziehungsweise dein Charakter ist hässlich meiner, das ist, den habe ich mir freigespielt, den nehme ich jetzt auch wenn er mir nicht gefällt, den muss ich jetzt nehmen also ich will, der ist jetzt nicht denn leider funktioniert das ist hier nicht andersrum leider leider wie jetzt, das verstehe ich jetzt nicht ne, ich, ja, also, und ich kann, äh nein, das ist und 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 man 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 sie man 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 ich 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 glaube ich weiß nicht die Folge nennen wo die, wo, 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 wo meine Insel, wo ich gedacht habe, scheiße jetzt vorbei ich habe ihn ja nicht alles geht ihm wach, ähm das Ende Fragezeichen das wäre doch eigentlich mal ein voll geiler Folgen voll geiler Folgennahme auch geil voll geiler Folgennahme hm, geil find ich gut der geiler Richtigkeit der geiler geiler äh, warte mal, was muss ich bauen, damit, damit, damit ich, äh, mehr Häuser bauen kann also der Baubereich, ich glaube, Dorfzentrum, ne damit du mehr, äh, mehr Häuser bauen kannst du auf Zentrum, ja ja, okay alles klar alles klar, okay, danke aber wie stumpf, dass es auch ist, ne, in Anno, ist es einfach, man muss es einfach mal wirklich so sagen da auf einmal, wirklich, man zockt einfach und auf einmal sieht man so, oh, drei Stunden rum das war schon bei allen Anno-Teilen und ich glaube, dass wir doch immer so bleiben das macht Anno, glaube ich, auch einfach aus einer meiner Ingenieure brennt das hat er geraubt und jetzt war das, was mit ihm der Wassergeruchte, ja, das freut mich auch, das sind die Ecos, was weiß man nicht genau die haben bestimmt irgendwie Mariana versteckt, der hat bestimmt Mariana geraubt das wird sein so als Frage, jetzt die Frage schicke ich das Weizen auch noch über und ich mach dann da die Teigfurt oder nee, mach dann nicht, mach dann noch die Säten die Teigfurt leck mich, ich muss die Zeitfurt wie ich hier machen schiet na, ha, 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 ha so, Arbeiter, 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 Arbeiter arbeitet wir warten bei uns kann schon die Schnellstraßen Schneestraßen Schnellstraßen Schnellstraßen das Schneestraßen Schnellstraßen die Verstand in Schneestraßen jetzt du auch fach ich bin nicht garantiert wieder mir ist was die Energie angeht so dermaßen muss man schon wo es kommt jetzt wird man schon um die Kurve Prozent Pakt ist Pakt ist das zu verabschieden er glaubst du hier unsere deutschlehrerin hat mir das meine der unsere deutschlehrerin hat mir eine 6 Reihen gewirkt wegen der Verrat oder meinst du sie lässt mich das 1 kalt noch halten ich glaube sie lässt sich das noch halten und die alte Hälfte Köln können sie mir sechtern kann so ein Verzeihung wird sich in Städte sie dann ist es drauf er soll sie das machen und soll sie das bitte machen ich hab da einfach mal was liegen du hast auch noch ich muss auch noch die sollen muss auch ich will ich nun muss bis die Köln ich komme auf alles aufs Handy mit dem Mann an ein Mann war Monom Monom Prozent zu hoffen ist Arnie Arnie auch Arnie in die Brüderung ist zu tun das müssen hinkommen ja ich bin ich bin dabei ich möchte ja nicht mit dem Block auf der Bordung geht ja nicht die Elbermann 7 57 aber sind leider in die Karte am Arsch ja ich weiß es ist in der Regel ich bin ein Genie ich bin so gut ich habe mich auch etwas dazu gesagt ich bin so schön ich bin so klar die Wienersport hinter Antoine aus Tirol Werner nur zu lebt ja der Eier ja warte mal dass ich meine ich meine mich natürlich kann es sein dass es gar nichts bringt wenn man 1 1 Prozent Kraftwerk baut im Bereich eines anderen Kraftwerkes das bringt überhaupt nichts von beiden nicht ja aber wenn ich ein Kraftwerk irgendwo hinbaue um Energie zu kriegen aber da überhaupt keine Häuser stehen bringt das auch nicht das bringt auch nichts ja das halb ich habe dafür heute abgerissen und dann das hingestellt und dann Häuser irgendwo anders wieder aufgebaut ich hab doch viel schon so übelst die Energie ich bin so schön ich bin so schlau ich bin der Anton aus Tirol ich weiß dass ihr ohne mich nie so weit gekommen wird das weiß ich doch ihr seid doch meine kleinen Homos ah lifestyle Mobiltelefone das wollte ich nur ausbauen ich glaube ich habe die Sachen ich habe die Sachen dafür habe ich schon glaube ich brauchst du irgendwie ne brauche ich also was Mobilvorgang geht ne 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 ich hab alles das meinte ich gar nicht meinte Sand weil davon habe ich zu viel äh davon habe ich auch zu viel glaube ich ja ich hab 45 Tonnen was hast du ich wollte ich würde ich habe auf meinem Schiff fliegt noch voll rum und dass ich nicht brauche und deswegen meinte ich auch für mich wenn du mal brauchst ja wenn ich brauche dann äh also sicher nö schätzelein 19 Uhr fast also auf meine Uhr sagt nur meine meine vorgestellte Uhr sagt 19 Uhr meine Handyursacht 18.58 15 mein Handy geträchtigt dementsprechend müsste es ja achte noch der ist so dumm Junge Sven ohne Witz wenn du das siehst das ist die Aufnahme und du mir das Bild geschickt hast mit einem gewissen Ding im Mund ich kann mich bedenken was ist ein Mann sagt ihr das was wenn ich das so oder weil ich gerade hier ein zum Liegen hat das sagt ihr was oder ja es ist in einer das muss er nur ein Lümmel das ist meine das ist meine Heizfabrik egal das was reiht ich denn ab da äh achter ist meine Heizung auch egal ja ich würde sagen wir haben zu 19 Uhr obwohl ja komm 2-3 Minuten gehen jetzt noch oder Terra sagte ich würde sagen diesmal beschließt Terra wann wir zu hören wenn wir auf wir haben schon genug aufgenommen ich sag wir machen jetzt Schluss ok warte ich muss noch mal eben schön gucken ob das hier alles Produktivität hat ja das hat uns da da äh die läuft auch die wird auch die läuft auch und lässt sich die das läuft das läuft mal im kurzen Sparenlager voll geil aus meine eigene Künstler auch ganz nice wohl auch so aufgestiegen hast du jetzt Ingenieure? ne ne Eko Angestellte noch ok ich muss es mir bei mir ansehen überall ganz unsere Heft überall nur Ingenieure alles klar ok gut dann würde ich sagen das war's für dieses Session von Nano 2070 mit dem lieben Terra LP und der Gast hat natürlich auch das oder beziehungsweise mein Bro hat natürlich das letzte Wort Jo Bro ich würde sagen das war's für heute und ich sage mir gucke morgen wieder dabei wenn wir morgen einen neuen Folge haben ja oder wenn wir halt morgen vielleicht doch nochmal aufnehmen ich bin sicher dass wir sowieso da wir ja jetzt Mittwoch halt Zeugnisse haben und dann Donnerstag Freitag frei haben bin ich mir hundertprozentig sicher dass wir Donnerstag Freitag sowieso nochmal spielen werden abends denke ich mal auch das Spiel macht voll Spaß ja mach das so mach voll Bock alles klar ich werde dich jetzt was wirst du ich werde dich hetzen ich weiß ich werde freiwillig da seid ich werde schon vor dir da sein alles klar ok leute danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Cheerio euer Phoenix tschüss